Yo Leute und damit willkommen zurück zu Super Mario Welt mit Flash Mit Centos, dem gespenstigen Wiederholer an dem gleichen Level Ja und wir hängen immer noch an den gleichen Stellen fest Warte mal, nicht wir? Du! Klar Ja Ja, hängen wir da noch dran fest Tschüss Ach, doch jetzt auf einmal so kurz Ja Ah, ich hänge hier nicht ganz fest, ich brauche hier nur die Hälfte noch machen Ja, trotzdem, hängen wir da fest Ah Und das ist doch meine Sache, ob ich das so mache oder so wie du mache Fuck you, Maulwurf Aber nicht so Aber zumindest schon mal die Hälfte Stimmt, ist diesmal Centos, das Level zu bezwingen Ja, Moment Was machst du? Mein Headset Schon wieder anstecken? Ja Dass ich nicht vorher aufladen kann? Schon? Hä? Ruhig doch Aber das geht zu lange und ist viel zu schnell leer Was sagen sie alle? Machst du ruhig Flash Das sagen sie alle Du alter Pädo Fliech Ja, du Fliech Ich bin nicht Fliech Ich bin Flash, nicht Fliech Und Fleisch bist du Fleisch, haha Der hätte ich sowas von den Arsch gezwicken müssen Du springst genau in den Rhein Ja Schön, halt doch mal die Fresse, Fleisch Ehrlich Das ist die Bestrafung Meine Güte, ey Nein Aber guck mal, du Christoph Der hat Pilz Ich bitte dich Pilz ist kacke Pilz ist kacke Geil, das ist der Waschbär Ja Findest du? Der war schweiß geil Mach Du 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 Ich habe alles Bitte Bitte Boah, diese scheiß kleinen Geister, ne? Alles gut Hallo Oh Was war das denn eben? Du gehst die ganze Zeit weg Oh Warum hat er den denn von unten genommen? Weil der der nächste war, weil du ganz hinten in der Ecke standest Ja Ja Du standst ganz hinten in der Ecke Scheiße Mann, ey Ich versuche mir das auch immer wieder Komm her Aber nicht wir beide das denn so bringen die punkte das sind nun diese normalen punkte die einsaugen kannst du nicht dass wir gott sein die wein schon gemacht haben hier nicht so geil furz gerade vor gut dass du noch nicht mal klein wenn du mit joshin bei sowas getroffen wirst ja das ist gar kaum karate furz karate furz karate furz für den falsch er konnte springen ja das ist level ja peace out peace out du musst das schaffen zentos jetzt mache ich das natürlich das nächste schloss machen du kannst auch mal eins machen ich habe jetzt schon drei schlösser fertig gemacht ich habe ich habe nicht mehr von zur seite gedrückt der controller ist kaputt joshi kommt mir versuchen zwar hat gesucht und nicht die feuer hölle so klar das gesteben ist hier auch ein drin brauchen ja ja habe ich ja nicht ja toll jetzt rennen aber mal lieber drückt doch ich dachte nur noch einmal probieren oder r5 level noch weiter probieren was gemerkt hallo schafft er diesen sprung ja 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 sind seine mitbewohner nervig macht die tüze hängt auch ein schild hat ich nehme auf und bin behindert das ist immer das herrliche naja macht ja so spaß und er freut sich über ein eingefrorenes bild man wartet nur darauf dass der nächste spielt naja ich weiß nicht ob zentos da ist hat nichts gesagt super sehr freut sich dieses level hier zentos kannst du wenigstens antworten ob du da bist oder ich fliege gleich aus dem ts raus naja das wissen wir alle noch nicht musst du ja immer muten ja das ist mir egal hättest du wenigstens sagen können dass du da bist oder eben gerade weg gehst konnte ich nicht weil die genervt haben ja dann mach doch ein schild ich bin ja gleich laut loslabert schreib mach doch vorne ein schild denn ich bin behindert und nehme auf ja du bin ich ja auch recht was denn es ist einfach so was machen kannst wir wissen also eigentlich siehst du ja ja wie die das wissen keiner keiner boi jetzt geht er weg sie ist ja wenn er auf hat weniger zu blinken weiß boah was war das denn jetzt man ey ich will ihn treffen ja das war vorher nämlich auch und ich habe natürlich unten den weg nehmen müssen ja na geht doch bei wie viel mal zehn mal oder so schon zehn mal naja ja 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 und dann probiere ich war jetzt noch mal in der hölle ja das verdämmts ich habe ja noch einmal in yoshi toshi ich glaube 15 minuten sind dann auch rum ja ich habe neun da bei mir stehen zehn minuten ja ja weil du natürlich zu lange gebraucht hast eben noch was deswegen bei mir stehen neun minuten also eben noch länger weil meine aufnahme schon lieb und so länger gebraucht hast noch schiebt sich alles auf mich schiebt alles auf den karl mario die war das auf dich das ist eigentlich ganz gut und das wird ganz vor allem jetzt ungefähr fünf vor halb also fünf nach halb kommen wir auf die idee einzukaufen weil die nach halb kommen wir nicht gleich die tür also so mies sicher verschlacht dass das so dreieck hier ist erstmal bestimmt ein feuer oder eine eine fliege mal käfer ein fliege mal käfer eine fliege bist du gemein die müssen weg ist aber gemein gehen wir magst keine kuppers leckt das bei dir gerade ein bisschen woher weiß ich dass sie da ist sind falsch mit dir alles ist falsch ich habe ich habe dem gegner nicht und zwar jetzt muss da hinkommen und auf ihn auf springen kommen wir machen liebe das ist gemein weil sich das bild so bewegt da verliere ich noch einmal ich verliere noch mal ich verliere noch mal meinst du ja du frisst jetzt das ist jetzt scheiße wir hätten nur noch geführt dass ich direkt reingesprungen wäre es eben ja ich hatte bei dem einen schon angst wo der reken gekommen ist vorher wo ich gesprungen und mich gedückt habe sofort ja glaube ich dir hatte ich schon bange perfekte scheiße ja nächsten thank you thank you very much und tschüss in die insel rein gibt es ein pflaster geht es ab in forestos in den forestos oder mir solltest du sagen ich muss aber rücken hier mich bewegen so und dann würde ich sagen damit dass er es geschafft hat gespeichert hat wenn wir sagen bis zum nächsten mal bei super mario world ciao ciao tschüss